Im tragisch-komischen Film «Vincent» steht eine flämische Familie am Rande des Nervenzusammenbruchs. Teenager-Sohn Vincent hat den Glauben an die Welt verloren. Um als passionierter Umweltaktivist endlich ein Zeichen zu setzen, plant der Junge vor der Kulisse Paris seinen Selbstmord. Doch als dieser Plan schief geht, nimmt ihn seine quirlige Tante kurzerhand mit auf eine emotionale Reise durch Frankreich. Für Regisseur Christoph van Rompuy handelt es sich hier um eine psychische und physische Reise. Die Charaktere durchlaufen eine innerliche Entwicklung. Zu Beginn ist Vincent noch sehr verschlossen, dann öffnet er sich langsam und erhält einen hoffnungsvolleren Blick auf die Zukunft. Ich wollte diese Veränderung in einer richtigen Reise widerspiegeln. Eine Reise, die den Zuschauern aus dem regennassen Belgien über Paris bis in die sonnendurchflutete Provence führen wird. Unsere Prognose lautet, das berührende belgische Komödiendrama «Vincent» wird gleichermassen zum Denken wie auch Lachen anregen. Das gibt drei von fünf Schirmchen. Das gibt drei von fünf Schirmchen.